Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Brandnern wieder heute zu dieser Zwei-Kerzen-An. Eigentlich wollte ich das am Sonntag machen, aber irgendwie hatte ich keinen Bock. Ne, da waren wir auf dem Schnee, ne? Ja, und ich mache diese Zwei-Kerzen, einmal diese. Und jetzt noch diese. Leute, abonnieren den Kanal, abonnieren und liken. Ciao!